Der finnische Soldat Simo Heihe, geboren 1905 in Rautjervi, gilt mit seinen 505 bestätigten Abschüssen als erfolgreichster Scharfschütze aller Zeiten. 1939 überfiel die Sowjetunion Finnland. Im sogenannten Winterkrieg wurde Heihe als Scharfschütze eingeteilt und tötete in nur 100 Tagen neben den erwähnten Abschüssen mit seinem Scharfschützengewehr noch über 200 russische Soldaten mit einer Maschinenpistole. Allerdings sind diese 200 Abschüsse nicht offiziell bestätigt. Auf die Frage, was er beim tödlichen Schuss auf einen russischen Soldaten fühlte, antwortete er, den Rückstoß. Der bekannteste sowjetische Schütze war der Russe Vassili Saitsev. Bekannt wurde er während der Schlacht um Stalingrad. So soll er dort nach sowjetischen Angaben 225 deutsche Soldaten getötet haben. Eigenen Angaben zufolge kamen nochmals über 25 im Januar 1943 hinzu. Erfolgreichster Schütze der Wehrmacht war der Tiroler Matthäus Hetzenauer. Er beendete am 16. Juli 1944 seine Ausbildung als Scharfschütze und wurde an die Ostfront versetzt. Bis zu seiner Gefangennahme durch die Rote Armee erzielte er 345 bestätigte Treffer. Dann sete ich auf die